und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge way of the hunter mal wieder ja es gab ein neues update und zwar update 1.21 und dieses update bringt wichtige feature hinein ich hoffe nicht wieder bugs also ich hoffe das spiel wird nicht wieder ist nicht wieder schlechter geworden als vorher auf jeden fall kommen ein paar neue features mit dazu und zwar dass wir jetzt seltene tierfarben haben und zwei neue tiere habe ich gerade gelesen weiß nicht welche tiere auf jeden fall kriegen wir auch neue quests dazu ja schauen wir mal rein und damit würde ich sagen let's go verstehe nicht warum ich immer noch keine infos über das tier habe anscheinend immer noch nicht nah genug dran oder jungtier das ist nicht auch ein jungtier mit einem stern und das da also wenn der andere da da oben nicht besser ist er hat zumindest ein geweih habe es gesehen sonst werde ich auf die gruppe nicht schießen auch ein jungtier männlich ja ah ja bringt mir nicht viel bringt mir nicht viel werde ich nicht drauf schießen auf die gruppe sehr sehr schade weil das so die gruppe ist die sich jetzt hier als erstes ergeben hat so ein bisschen aber schön dass die dass die baumstämme endlich mal richtige die hindernisse sind sonst konnte man doch mal so durchspazieren und jetzt kommt man da nicht mehr dran vorbei wenn du sie wenn du dich schon so anbietest ja dann nehmen wir dich doch raus ich habe vergessen dass ich den dass ich den controller noch an habe oh mein gott der hat jetzt extrem eskaliert der ist jetzt extrem eskaliert der controller ich muss den controller rausziehen es tut mir leid bis gleich so schauen wir uns das ding mal an doppellunger okay schönes ding ja aktwertung 555 stern hatte ein stern war erwachsen 35 5 ja geht doch zwei füchse gleich da hinten da hinten Ja, die sind über alle Berge. Schade. Aber ich habe ja gehofft, dass die vielleicht unterwegs noch mal kurz anhalten. Dass man auf die schießen kann. Ja. Und den Busch. Geißer. Ich habe den Dachs erschossen. Ich habe mich selber erschossen. Oh, Doppel-Lunge-Dachs. Oh, da ist er. Da ist er. Mein erster europäischer Dachs. 5 von 5 Sternen, Jagdbewertung. Er wachsen, 1 Stern. Oh, der hat aber Potenzial gehabt. Der hatte ja fast 90%. Den hätten wir auswachsen lassen sollen. Enzyklopädie freigeschaltet, europäischer Dachs. Ach so, okay. Verstehe. Also, wenn man den schießt, dann braucht man keine Spuren von denen zu analysieren, um den freizuschreiten in der Enzyklopädie, sondern man muss ihn einfach nur mal einsammeln. Na gut, hier kann man, hier kannst du auch nicht, hier ist auch keine Ränderdistanz mehr. Bei 1,3 Kilometern gehen. Bisschen weiter runter. Das sind gerade Fluchtgeräusche, die ich gehört habe. Ich hoffe nicht bei einer random Hütte und ich bin wieder meilenweit weg. Ja, doch, ich höre schon das Feuer knistern. Ach, nein. Digga, ich war doch schon da. Oh, lol. Dammhirsch, ausgewachsen, zwei Sterne. Ja, und du wirst Jungtier. Okay. Ihr seid alle drei Jungtiere, wenn ich die... Ach, nee. Der hier ist erwachsen. Aber der hier ist schon lecker mit den zwei Sternen. Nur gucken, die hauen jetzt gleich in die... ...ein Stickicht hier ab. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Hören Sie bitte um. Ja, sehr gut. Diese Wiese hier ist aber auch mega geil. Also die habe ich ja schon... Da habe ich ja schon mal Rothirsche drauf geschossen auf der Wiese. Naja, aber ich habe ja die Wisten aus der Gruppe schon rausgeschossen. Ich könnte jetzt noch den einen Stern der Erwachsenen rausschießen. Oder eben halt auch nicht. Gucken. Nicht sterben, nicht sterben, Freundchen. Nicht sterben. Ja, easy. Sind schon alarmiert, ne? Die sind schon alarmiert. 150 Meter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich dachte, ich habe dich ins Herz getroffen. Dann legt es sich hin. Dann legt es sich hin. Schönes Ding. Schönes Ding. Das ist jetzt der Zwei-Sterne. Der Zammhirsch. Der Ausgewachsene. Ja, genau. 5 von 5 Sternen Jagdwertung. Zwei Sterne. Top. So, der Einsterner. 60,92. Ja, der hätte noch mindestens zwei Sterne bekommen können. Also mindestens noch ein Stern bekommen können, wenn ich ihn ausgewachsen geschossen hätte. Na ja. Ist okay. Oder ob das schon wieder ein Gebiet ist, in dem ich eine Jagderlaubnis brauche. Rothirsch. Das ist auch buggy. Also ich habe definitiv schon Rothirsche geschossen. Und dass ich jetzt erst das in der Enzyklopädie freigeschaltet habe, das ist auch buggy irgendwie. Aber ansonsten habe ich bis jetzt heute hier noch nicht wirklich große Bugs gefunden in dem neuen Update. Es hält sich in Grenzen, THQ Nordic. Was ist denn da los? Nein! Och nö, Digi. Hör doch auf. Hör doch auf. Ich habe keine Munition mehr. Ach nö, ich hatte einen Schuss noch. Und ich habe schon wieder eine schlechte Position. Oh, den könnte ich mitnehmen. Den könnte ich mitnehmen. 120 Meter. Ja, ja, ja. Gucken wir uns an, wie wir den getroffen haben. Machen wir mal die Taschenlampe an, damit wir auch was sehen hier. Hallo. Blutspur. Mr. Rothirsch. Und wo habe ich geschossen? Von da oben, ne? Ich bin natürlich wieder blind. Nicht natürlich blond, sondern natürlich blind. Also entweder habe ich den nicht getroffen, oder ich habe die Blutspur hart verloren. Ach nö. Dieses Spiel, es regt mich einfach nur auf. Ich habe keinen Bock mehr. Rage Crit. So, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Ja. War sehr durchwachsen. Sehr wenig gesehen, sehr wenig geschossen. Auf jeden Fall nichts gesehen, was in dem neuen Update angekündigt wurde. Keine seltene Tierfarm. Oder auch keine neuen Tiere. Naja. Aber zumindest einen schönen Dammhörsch geschossen. Zwei Sterne ist okay. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao. 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 Ciao.